Herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde Unkrautseh- äh- Jä- äh- Dingsen. Unkrautjäten, glaube ich, heißt das. Äh, wir sind in der letzten Folge sonderbar verreckt. Mit wir meine ich mich, keine Sorge, ihr lebt noch, ihr seid duper, ihr seid besser. Uhuhuhuhu, das ist eine Rebelle. Äh, ja, mich hat eine Fledermaus gesnackt, mich hat ein Söldner ins Pferd gestoßen und ein anderer hat mich gefinisht. Äh, jo. Ja, da haben wir mal ein paar interessante Tote auch noch mal gezeigt. Ich glaube, das ist ja ganz in Ordnung, oder? Warum die Musik? Sag bloß, mich hat ein Söldner verfolgt. Nein, okay. Ruinen eines Wegpunkts. Ja, hallo. Oh Gott. Missionsabbruch, Missionsabbruch, Missionsabbruch. Renn weg. Boah, das war ja knapp. Was war das denn für eine Attacke? So, wie viele sind da noch? Nur einer. Böh. Oh. Perch. Gut, das waren die drei. Dahin gehe ich noch nicht. Was ist jetzt die Karawane? Ist hier irgendwas? Nein. Link würde sich freuen. Was ist das? Die Blume. Oh, hier hat jemand geschlafen. Das waren sehr viele Kisten. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Nuklear Strike incoming. Moment, ich möchte das können. Ich bin ein Bekenner. Ey, komm, ich bin doch wohl der religiöseste Typ hier von... Also, ne? Oh. Oh, die Blume ist ein Boss. Jetzt verstehe ich. Was ist das überhaupt? Einfach so ein Ding? Einfach. So ein Deko-Ding. Oh. Blumenkreischt ja die ganze Zeit. Hm. Oh, 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 nein. Na gut, wenn du so willst. Wölfe zum Angriff. Ich hoffe, ich bereite doch nicht davon. Ich bin ein. Oh. Nein. Oh, 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 oh. Wölfe, tu den Rest. Ach du heilig, was ist mit der Vergiftung? Hallo, Wölfe? So. Das ist nicht cool. Was machen die Wölfe die ganze Zeit? Hallo. Wo sind deine Wölfe? Ich glaube, ich verrecke jetzt schneller, oder? Ach, na hallo. Oh, endlich kommt die auch mal zu Potte. Was? Was geht auch? Och, Mann. Ach, na endlich greift der Erste schon an. Das hat ja gar nicht gedauert, ne? Ja, die Wölfe wird auch nicht verbiegt. Das finde ich voll cool. Ich kann da mal aufhören zu spucken. Endlich. Okay. Okay. okay an das ende ach du heilige wolf danke für deine dienste ich bin fast tot ich sollte mich heilen ja ich habe die vergiftung überlebt oi 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 nun 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 nicht diesmal nicht noch einmal aber immerhin die ganze ist fast tot und die andere kommt zu mir oder ach ja ich habe doch noch die super die ja nein ich habe keine punkte yes jawohl daneben ah hallo so unkraut geschnitten ja nice giftblüte und miranda pulver dankeschön rückwohne geräuchertes immunisierendes fleisch hätte ich gebrauchen können gluck 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 was gibt es noch ach das nix weiter ja gut das schien scheinbar doch kein boss gewesen also zu sein das ist ein eigener halt da ist doch da ist was da ist doch da ist der bus alles klar alles klar gar kein problem hier geht es also rein okay dann bis gleich da ist alle hop boing 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 eeeeeee hakt wii wiiuit wiiiuit wiiuiuh okay ich bin der polizei erfolgreich entkommen Also, den Söldnern. Oh! Oh, was habe ich Neues bekommen? Nein, hier. Äh, erhöht kurz die Immunität. Ah, cool. Und da? Ich halbe Fleisch, Material zur Herstellung von Objekten. Aha. Aha. So neu. Äh, Giftpügel, Material zur Herstellung von Objekten. Aha, okay, was war noch? Miranda Pulver. Okay, also. Ah, eine Blume, die im giftigen Gebiet wächst. Material zur Herstellung, bla bla, eine tiefgrüne und giftige Flüssigkeit tropft von ihren Staubblättern. Pollen einer menschenfressenden Miranda-Blüte. Material, bla bla. Lauf der Geschichte war diese duftende Variante des Miranda-Pollens vor allem bei Parfumören beliebt. Er muss aus der Blüte geerntet werden, bevor der Wind ihn verweht. Aha. Ah. Also die Blume stinkt auch noch ganz oft. Okay. Alles klar. Eine fein geschnittene Scheibe Bestenfleisch. Hm. Äh, durch die Jagd. Okay, das Fleisch stärkt die körperliche Verfassung. Aha. Oh, echt? Brauche ich ein Rezept dafür? Also. Auch Motorzone, ne? Äh, was war noch das da? Ein Stück Fleisch, das in einer grünen Arzneitinktur eingelegt und getrocknet wurde. Er wird kurz die Immunität. Ihr hört eure Immunität aus dem Meer lindert sie die Belastung durch Gift und Scharlachfäule. Was ist jetzt noch Scharlachfäule? Es gibt hier so, so viele Statusse. Ich habe schon, ich glaube, in den Nadelbildschirmen fünf verschiedene gelesen. Apropos Status. Wo steht... Ah ja, Stufenaufstellung. Wo steht was zu den... Er tut zu dem Pflege, dass er Hüftschaden macht. Würde mich mal interessieren. Äh... Hier. Äh, oder? Äh, ich mache der Reihe nach. Alles auf 14 erstmal. Oder? Ja, obwohl Ausdauer... Na, unten oder? Hm... Na... Vier... Sechs... Sieben, acht... Acht... Zehn... 13... 13 Level... Äh... 20... 30... Boah... 31? Uiuiui... oder ich mach mal glauben damit ich mehr geheilt wird das wird doch von heilung eskaliert oder also ich meine das bauch glaube jawohl das bauch glaube okay gut so zum dienst warte naja der boss stimmt ja das wollte ich dort machen eine lebelle ich will dich nicht weg dein glück heute ja 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 Oh, die Blume bleibt tot. Oh. Das ist ja cool. Okay. Sollte ich das Schwert wechseln? Ich meine, das ist ein Boss am Ende, ne? Ich mach mal mit dem Schutter. Ach komm, ich mach mal mit dem Schert. Ach so, Heilige. Wahnsinniger Kürbiskopf. Ja, der macht mich ganz schön glatt. Hm. Oh, lol. Oh, lol. Wow. Jawohl. Nein. Jawohl. Beim ersten Mal. Nice. Auch wenn ich das nicht wusste, wie ich ihn hätte, äh, kritischen können, aber egal. Nice. Wölfe, Wölfe, Fosse, Wind. Ich sag's immer wieder. Okay. Oh, ein Leucht. Hier ist ein Leuchtfurz. Ach du meine Güte. Da musste man ja erst mal am Boss vorbei. Ah. Das ist einfach nur eine Kerze, okay. Mensch. Ich finde mein, alter Schwede. Warte mal, der Boss hat nix getroppt, oder? Der Boss hat nix getroppt. Alter Schwede. Mann, Mann, Mann. Was ist das Sinn vom Boss? Warum war er hier? Das werden wir jetzt erfahren. La, 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 la. Uh. Kann ich das auch sammeln? Oh, so viel shiny. Und du? Oh, reden. Tarnished, Arwi? Ah. No wonder you should turn up here. I am Selen, a sorcerer quite plainly. Why are you here? Ja, ich möchte top rein anlernen. A Yen for glimstone sorceries. Oh. I'd say your proclivities are far from ideal. Oh, well, perhaps nurture. Will defy nature. With a bit of luck. But one must choose one's masters wisely. I was exiled from the academy of Rhea Lucaria. As a reviled apostate witch. Do you still wish to learn from me? Ah, okay, warum nicht? Well, you are a piece of work. Very well. You are now my protégé in glimstone sorcery. Ja. But I refuse to coddle. Or cast kind words. Never. Anticipate grievances, young apprentice. Ja, solange ich was lerne. Gedanken versunken nicken. Cool. Vorbereit studieren. Oh. Schimmerstein-Kiesel. Feuert magische Schimmersteingeschosse ab. 7. Schimmerstein-Sterne. Feuert drei Sternstupe ab, die Gegnern folgen. Oh. Schimmerstein-Bogen. Schimmerstein-Bogen. Feuert einen horizontalen, lagischen Bogen ab, der sich ausbreitet. Kristallsperrfeuer. Boah. Feuert eine Salve Schimmerstein-Splitter. Oh. Waffe des Gelehrten. Verzaubert die Waffe in der rechten Hand mit Magie-Schaden. Oh. Schild des Gelehrten. Verbessert die Schadensresistenz des Schilds in der linken Hand. Oh. Oh. Dark Souls 3-Vibes. Yes. Aber kann ich das verwenden? Kann ich das verwenden? Weisheit 10. Ich habe... Oh. 10. Was braucht das? 12, 13, 23. 12. 12. 23. Ah. Okay. Ja, aber kann ich das verwenden? Ich meine nicht, dass ich das kaufe und... Pff. Nix. Aber sieben. 14, 10. Aha. Das ist billig von den FP-Kosten her. Okay. Ah, cool. Danke. Junge Apprentiz. Erstens. Du bist ein Tadpole, wenn es zu Magie kommt. Ha. Infantil. Ohne die Leger zu gehen. Also, um ein Sorcerer zu werden, erstens. Du musst deine Ignoranz erinnern. Bin ich die Ignoranz? Jetzt. Ja. Shall we starten lernen? Yes. Kann ich doch mal reden? You wish to continue the lesson? Yes. Very well. I have time aplenty. Okay. You wish to continue the lesson? Gut. 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 Ja, war es das? Also, ich... So, wie ich... ...das verstehe, schalt... Also, muss man den Boss bekämpfen, um... ...Zauberei lernen zu dürfen. Für Geld. Mhm. Hm. Okay. Meinetwegen. Offensive Zauberreihen, stärkende Zauberreihen, offensive Anrufungen, stärkende Anrufungen. Achso, gibt es noch Anrufungen und Zaubereien? Okay. Warte mal. Mein Tal ist, was ich da habe, ne? Ähm. Das ist ein heiliges Siegel. Ein, äh... Ein heiliges, unter Fingerjungfer verlierendes Siegel, das als Katalysator für heilige Anrufungen dient. Aha, okay. Anrufungen müssen in einem Ort der Gnade gelernt werden und erfordern ein ausgerüstetes heiliges Siegel. Alles klar. Okay. Wie lange nehme ich schon auf? 25 Minuten, nahe Püsse kann ich ja nur. So. Okay. Ah, halt, nein, nicht hinsetzen. G drücken, Karte öffnen, reisen. Wasser trinken. Ah. Kleidung anpassen? Was kann ich eigentlich hier anpassen? Nix. Oh. Ich kann nur die Kleidung. Alles klar. Okay. E. Oh, da ist das nächste Ding scheinbar. Okay, aber erstmal gehe ich weiter nach Süden. Da ist... Okay. Irgend so ein Ding. Da schaue ich mich erstmal da... Ja, ich schaue mich erstmal da weiter um. Ach, obwohl, ich muss nicht heißen. Ich bin doch praktisch nebenan. Und es ist nachts. Hurra. Haben die hier auf mich gewartet, oder? Keine Ahnung. Äh. Einer da oben war schon. Boing. Don't mind me. D-d-d-d-d-d-d-d-d. Ich bin im Kampf. Mit wem? Ich bin nicht mehr im Kampf. Mit niemandem. Okay. Wenn ich schon mal hier bin... War hier nicht eine Krabbe irgendwo? Ja, wenn ich schon mal hier bin... Ich bin nicht mehr im Kampf. 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 Hallo, Pferd, das ist jetzt nicht der Moment, um eine Startpanne zu haben. Dankeschön. Irgendwas habe ich bekommen, aber ich hau gleich nach. Es ist gerade ein Duell mit einer Krabbe. Ich bin doch ausgewichen. So taub. Die ist doch schnell. Wechselt doch nicht das Ziel. Und das war's. Die Krabbe kaputt. Die Krabbe kaputt. Dankeschön, Krabbeier. Ach komm, die kann ich ja auch gleich nehmen, oder? Ah nein, die hat eine kleine Krabbe getötet. Nein. Ich springe doch. Also ich springe immer in Ausweich von, oder was auch immer du machst. Was? Das klingt nicht so gut. Mann. Ich springe doch weiter. Mann. Auf was zierst du denn? Na, also geht doch. Mama mia. Ich habe gerade überlegt, ob ich mich heile. Ich mache das aber doch lieber nicht. Wer hat's? Wer hat's? Wenn das Pferdchen mal wieder eine Panne hat, ne? Na, also gut doch. Oh. Das kann ich ja auch mit der anderen Klaue. Okay. Gut zu wissen. Nice. Dankeschön. Hast du für mich Krabbeier streichen weisen fleisches? Au. Okay. Ja, sorry, dass ich eine Krabbe gekriegt habe. Bitte nicht die abonniere. So. Was war's hier? Das war... Na gut, wenn ich mal hier bin. Guck mal. Also geht doch. Na. Oh, du. Mann, 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 Mann. Dankeschön. Sag mal. Iiii. 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 Na, also. Guck doch. Ja, und hier war noch ein Ding. Wie viele Schädel jetzt plötzlich hier sind. Ja. Dankeschön, Mann. Oh, Brummelluft, ey. Ah. Doch kein Nager. Überreste. Okay. Ach, wieder ein Fehlstart. Ja, meine Güte. Da komme ich ja schneller an als der hier. Ne? Gut, wohin geht es weiter eigentlich nach Süden? Weiter den Weg, oder? Ich fühle mal... Kann ich Sachen machen? Oh, ich kann eine Markierung setzen. Oh, wie cool ist das? Ja, ich gehe einfach direkt. Oder warte mal, kann ich etwa? Geht's nicht das jetzt auf der Karte? Nein. Also was ist das... Was ist das Sinn davon? Oh, keine Ahnung. Keine Ahnung. Oh, F geht auch. Okay. Da, da hinten ist irgendwas. Wollte ich nicht da hin, wollte ich? Mann. Hierhin wollte ich. Genau, da hin. Wie konnte ich mich so stark verdrücken? Ja, statt E drücke ich R und versuche das Pferdhaut an. Na los. Schnell, 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 also. Hi, hopp. Jawohl. Was ist eigentlich eigentlich... Warte mal. Füttern? Nein. Okay. Oh, Schädel. Oh, Items. Ach, du Kleiner. Mann. Was ist das für ein Geräusch? Würfe. Es hat den Mut. Ach, du bist das. Oh. Goldene Runde, danke schön. Und mein Bylet, was ist das? Okay. Was ist denn das? Okay. Ist das wohl nicht hinwollt? Warte mal. Geh. Erst eins nach dem anderen. Ich wollte dahin gehen. Dahin, genau. Ich sollte nicht vergessen, Steuerung zu drücken. Was geht denn da? Was geht denn da? Okay. Da, ja, ist gerade ein Büschel vorbeigerollt. Was geht mit mir ab. Was geht denn da? Was geht denn da? Was geht denn da? Was geht denn da? Federmäuse? Was geht denn da? 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 Ich versuche mal, die Äußeren zu nehmen. Ich versuche mal, die Äußeren zu nehmen. Ich versuche mal, die Äußeren zu nehmen. Hö. Ach, so geht auch. Okay. Ja, so geht es schneller. So geht es schneller. So geht es viel schneller. Oh, das waren alle. Aber was war denn das? Klangen wie Federmäuse, aber ich habe eine rote Augen wie keine Ahnung was. Irgendwenn oder was haben die da gekillt? Wie Söldner? Hm. Na, immerhin. Wetter Kämpfe. Nope. Seelenfort, äh Gnadenfort. Oh, Leck. Da wollte ich, aktiviere ich doch gerne. Okay. Habe ich? Cut. Okay. Gut. Warum nicht? So. So. Pferd starten. Verdammt. Also. Oh, Herbe, Herbe, Herbe. Nimm, 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 nimm. Also. Nein, ich komme nicht hoch. Okay. Was gibt es hier noch? Irgendwas. Vermutlich Tiere oder so. Keine Ahnung. Was gibt es hier drunter? Oh. Nice. Oh, nice. Okay. Aha. Wetterlinge. Händler. Nichts. Okay. Habe mehr erwartet. Geh mal. Dann geh ich mal zu den Tieren hin. Mal gucken, was dort ist. Oh. Oh. Da ist Adra. Hoffe mal. Wer hat das hier eigentlich gebaut? Ah ja. Götter und Halbgötter, glaube ich. Pfff. Pfff. Das sind keine Tiere. Das sind Betermäuse. Alter. Okay. Geheimnis gelüftet. Pfff. 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 Nur eine Pftermaus. Mann. Händ zu. Pfff. Pfff. Oh. Es sind noch drei weiteres. Okay. Pfff. 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 Ich hab mir vor wie so ein blinder Reiter. Wenn meine Mathematik stimmt, durften das alle gewesen sein. Okay, jetzt waren's alle. Goldene Rune. Dankeschön, das hat sich sehr gelohnt. Was gibt's hier weiter? Ja, vorsichtig. Die Ruine kommt im Sumpf. Sehr verdächtig. Äh, hier ist ein Grab. Da ist irgendwas mit Fledermacht. Ich glaub's ja nicht. Komm, hier die Fledermöße her. Deren Geburtsstätte hier oder so. Nein, nicht die Schildkröte. Ey, komm. Anvisierung. Mach deinen Job. Ah. Doch, nicht die arme Schildkröte. Hallo. So. Anvisierung. Nix weiter hier. Muss ein Pferd was essen? Nein. Okay. Da ist was. Ach, die schreien wieder. Okay. Es leckt. Es leckt sehr. Oh. Ist das da unten nicht da hinten? Oh, da unten geht's auch hin. Da gibt's auch einen Strand. Ja. Da gibt's einen Strand mit einer riesigen Krabbel. Alles klar. Da ist doch eine Fledermöße. Ich glaub es hackt. Überall an diesen Däumen hängt eine Fledermöße. Die sich von mir nicht geschwören lässt. Okay. Doch. Stören ist. Mann. Okay. Da kommt die angerattert. Ah, papa. Also müde. Nehmen wir es jetzt erleben. Oke. Hefe! Guck, sehr fein. Und wo leider auch noch mehr so wirklich sein kann. Da meine die Schmack. Auch Boote zu mir. Du ohn, bevor ich das könnte erhöhen. ich hab doch wohlfnüsse ne hallo na also ich raten dass dort rechts von mir ist also rechts am bildschirm ist ist ein freder muss dann schon daneben und sie ist tot Gibt es noch irgendwas? Oh! Noch eine Fledermaus Warten wir da eigentlich nur oder wie? Ich geh da nicht hin, ich bin doch nicht blöd Ich dachte das ist ein Dungeon, aber nein das ist einfach ein Loch Warte mal Ich hab ne Idee Woll Dankeschön Ne? Ich will mal was ausprobieren Was was ich in Dark Souls noch nicht probiert habe Nein, da springe ich nicht runter Und wenn, dann nur wenn ich Wenn ich die Sehnen verwendet habe Gebraucht Äh gut Das war das Ich bin weg Dankeschön Ah ja Hier Das ist Nick Das ist Nick Ach, Mann! Batman, bist du das? Leck dich. Ich spüre es, leck dich. Nein. Ah, sind wir doch am Ruf. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich mir die Ruine anschauen. Oh, hallo. Wo kommst du her, du nüsst' Ding? Outro. Aufraram. Aufraram. Inbrechen. Aufraram. Aufraram. Oh, hallo. Inbrechen. ein wurfmesser das ist doch nicht okay das wird die gruppe sehr gut zu wissen eine hier wird schwindelig noch also nicht mehr greift die überhaupt an da will dir nur dass den zuschauen schlecht wird was ist mit der jetzt doch einmal ja lexeliex, 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 lexeliex Warum? Nee, egal. Ich habe mich gerade gewundert, warum ich die Wölfe rufen konnte, aber egal. So, bist du ein Rabe? Du bist scheinbar ein Rabe, äh, ein Rabe, sage ich, ein Adler. Jetzt bin ich wieder hier oben. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich doch gleich mal, ne, äh, mich hinsetzen. Na Englisch. Äh. Stuhl. Ja, doch. Stuhl. 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 Stuhl.